So, jetzt bauen wir wieder einen neuen Lachgas-Ballon erstmal. Vielleicht können wir den Feuerlöcher anbohren und den als Behälter mitnehmen. Hm, können wir den schweißen? Okay, der hat nichts mehr zu tun anscheinend. Hier ist noch so nett, das Tier abgedruckt, wie schön. So, der Baum, vielleicht... Ich kann mal den anstecken, dann können wir sagen... Ich kann doch nicht einfach den letzten Baum der Gegend abfackeln. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Hm, was können wir sonst noch mit dem Baum machen? Wir können den Baum mal nur anbohren. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Den Dart-Pfeil. Ich brauche kein Zieltraining mehr. Ich bin bereit für den ganz großen Wurf. Okay, wenn er das so sagt, braucht er aber... Er sagt noch, er braucht eine Zielhilfe, um Dings hier zu treffen. Ich brauche irgendein Behältnis. Irgendein Behältnis für die Säure. Da oben komme ich nicht drauf klar. Mit dem Haken muss ich doch einfach nur... Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Kann man hier den Kram... Kann man nur angucken. Kurbel, Stange, Coupons. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken. So wie das hier drauf steht. Okay. Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich ein Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest... Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel. Mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen. Ausatmen. Jetzt guckt sie gerade nicht hin. Finger weg. Ist ja gut. Ich kann mir jetzt ein paar Haken einfach nehmen. Autsch! Hey! Ist das geil! Aua! Guck mal! Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt... Warte mal! Du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte! Ich verblute hier! Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch! Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier! Nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden! Strike! Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Haben wir jetzt einen Haken? Ja! Oh, geil! So, pass auf. Den Haken machen wir an den Ballon. So, dann gehen wir... Sehr geil. Luftballon mit Haken. Dann gehen wir hier zu Tonis Hütte. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß nur noch nicht genau, was wir mit dem Beruhigungsmittel machen sollen. Oh, geil, Mensch! Siehste, da muss man nur mit der reden. So, Apothekenschlüssel. Jetzt ist... Achtung! Nichts drin. Ah, doch. Gucke. Beruhigungsmittel. Blup! Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gesmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursachen. Wie meinte er das wohl? Ja, wie er es gesagt hat. Oh, geil! Ah, es geht weiter. Sehr schön. Jetzt habe ich hier bestimmt zehn Minuten festgehongen oder so. So, ab ins Badezimmer, Wenzel. Jetzt hier für deine Frechheit. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Flup. Jawohl. Sehr geil. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Ich finde es witzig. Jetzt können wir nicht Priem spucken üben, was auch immer das ist. Hoch da. Wupp. Ein Tritt gegen das Rohr. Das müsste jetzt hier an dem... An dem Deckel hängen bleiben? Jawohl. So, Wenzel. Kleine Ratte. Sehr schön. Der arme Wenzel. Sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich es verpasse. Wenzel. Ich bin hier unten. Komm schnell. Du wirst es schon glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir. Beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Ich bin reich. Ja, sehr geil. Okay, ich glaube, wir können vielleicht auf die Spritze mit dem Taurin. Die einfach da noch... Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Und wir stecken einfach die Wünschelrute ein. Wupp. So. Ah, cool. Und jetzt ist er natürlich hier ins... Ins Ding gegangen, würde ich sagen. Ins Rathaus. Da ist er wieder. Ah, Rufus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er erwartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab. Aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß. Vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet. Und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus. Du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Ja, dann gehen wir da mal rein. Lotec, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Nanu? Lotec? Da pennt der. Äh, was? Er stört. Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ha, ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Dich hat er auch einfach zurückgelassen. Trotzdem. Wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, manipulieren Sie lieber das Erdmagnetfeld. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich hab gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken nehme ich an. Ja. Hervorragend! Sie werden auch ganz schön gucken, Lothic. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Hahahaha. Ähm. Ich bin wegen der Elysium. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber, 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 aber. Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber, aber, aber. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Es wäre ja vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meiner eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz. Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Hm, na so ein Pech. Na so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob. Und ob. Was denn jetzt noch? Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorrst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Geil. So, das Mädchen gehört zu mir. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Das kennen wir ja schon. Nichts weiter. Nein, dann sieh zu, dass du... Hm, er muss in den Sitzungssaal. Da ist die Gegensprechanlage eine Klingel-Wasseremblem. Hm. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Globus? Was für ein Schrotthaufen. Aha, ein Glas. Und da ist ein Schlüsselloch. Vielleicht kommen wir mit dem Dietrich hier weiter. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Oh, was ist denn das für ein kacken Dietrich, du? Oh, was ist denn das für ein Klingel-Wasseremblem? 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 Vielen Dank.